Juuu! Da sind wir wieder zu Mario. 150 Kubik diesmal. Uns gerade sie entschoben. Ich bin zuversichtlich. Zumindest bei Mushroom Cup. Wir machen nur den Mushroom Cup. Oh, wir haben ihn gerade gemacht. Wir haben gerade mal getestet, ob das möglich ist, den auf 150 Kubik zu machen. Und tatsache... Das war wirklich, ne? Aber... Ich hab's nicht Gold geholt, wie man sieht. Hä? Ja, ich bin eben gerade gegen die Mauer gefahren. Uh! Aber die sind auf jeden Fall wesentlich schneller hier jetzt und... Ja. Das muss doch irgendwie eine Herausforderung sein, ne? Wir wollten uns ja nicht ganz blamieren, deswegen dachten wir... Testen wir es mal an. Nicht ganz blamieren, so wie ich immer. Schlimmer kann sie werden. Stell dir vor, ich wäre so spiel wie Total. Ich fahr Rätten in den Pilzern. Na toll, wie kann man rückwärts fahren, ey? Ey, ich fahr schon so gut vorne. Boah! Du musst doch jedes Vierter werden! Vierter! Nein, geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh! Jo! Setz ein! Yes! Letzte Sekunde! 11 Sekunden! 28 Sekunden! 100 Sekunden! Wegen dem Stern! Der macht einen auch immer schneller, irgendwie, ne? Ja! Oh, Vierter! Im 150 Kubik war Pukul! Besser als im 100 Kubik! Das Gammelrennen. Überall da, wo es so schlederig ist, das... Also, ich kann's nicht. Wie blüht ich da? Nee, ich weiß nicht, wann ich den... ...machen muss. Baaah! Mist, vom Kurs abgekommen. Baaah! Au, au, ich rutsche... Ich muss nochmal ein Rohr verlegen. Hä? Ei, ich rutsche nur... Och, Mario, du Gammelstern, ey! Ich hasse das! Ich bin vor dir! Haha! Aber jetzt nicht mehr! Yeah! Ein Triumph für mich! Eine se... Eine halbe Sekunde! Ey, Bowser, du! Prinzess, du! Ey, die können so weit hoch springen, Enge, ne? Ja, das wird ein Nebenfeld, wird ihr ja? Ja, ich auch. Ich bin nur auf dem grünen! Ich fahr gar nicht auf der Straße! Oh, ne! Oh, verdammt! Nonen! Nein, 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 nein! Dö, 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 d tö, dö, dö! Ich hasse das Rennen, einfach. Oh Mann, ey. Ich hänge erstmal schön in der Mauer fest. Ich bin Vierter geworden, Alter. Ich bin Achtet geworden. Oh Mann, du hast deinen Stammplatz verteidigt. Verdammt, ey. Vierter Platz. Das gibt noch einen Punkt. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir ja eh schon Goldgold. Also von daher. Genau. Wir holen auch mal Silber, nachträglich. Och, ich bin Zweiter. Jetzt muss ich aber Gas geben. Ja, ich kenne schon meinen Platz hier. Ja. Nein. Nein. Ja. Ich krieg sie nicht kontrolliert. Ich krieg sie auch nicht. Du wolltest mal ein bisschen die Schwierigkeitsgrad erhöhen, ne? Verdammt, ey. Das muss ich aber Gas geben, ey. Danke. Ich fand die Schwierigkeitsgrad sogar voll. Ja, bestimmt! Der liegt ein Ei, das größer ist als er selbst, ey. Ja, ich fahr hier so ein Mini-Zwei-Takt, ja. Aber ich hatte durch die Fehler jetzt mich auf den zweiten Platz bringen können. Und weil die alle wegen geschrumpft fahren, ne? Gut, ne? Aber ich komm dann nicht rüber, wo auch 150 Kubik ist. Das ist voll einfach, ey. Ich dachte, man kann doch rüberrasen. Toll. Das war der zweite Platz. Tschüss. Der Rasenrohler. Ich wollte es mal probieren. Ja. Nein. Ja. Nein! Foto, finde ich. Meine beste Runde. Wieder ein Punkt. Damit habe ich schon zwei ganze Punkte. Und die Prinzessin ist... Er hat zwei Punkte vorne. Nein, das wird spannend. Das sind meine zwei Punkte, die hier fehlen. Ja. Da musst du einen guten Platz verteidigen jetzt. Die mach ich jetzt. Wann muss ich denn drücken? Jetzt. Ah, es ist zu spät. Ich dachte, ich muss erst später drücken, also unten. Ich bin ein bisschen drücken, also unten. Hey, ich bin ein bisschen drücken. Ich bin ein bisschen drücken. Ich bin ein bisschen drücken. Was ist die Schildkröte? Hauptsache Prüses kommt hinter dich nach dir an, ne? Und vielleicht noch nach mir. Ich hab da ein Präsent. Ja. Und ich hab jemanden getroffen, anscheinend. Also ich hab auch direkt vor Peach das abgelegt vorhin. Vor der Runde. Ganz stark punkten wir gerade. Ich kann nur dich abschießen, ne? Ja. Im Moment ja. Kannst du ruhig machen. Na dann werde ich Erster. Gibt ja keinen Fairness-Bereich hier, ne? Ne. Aber wenn wir Gold holen wollen, müsstest du ja schon am besten Erster werden. Oder vor Peach ankommen. Ja, das ist selbst der Letzte. Hm, okay. Ich komm gar nicht an deine Sicht weiter. Ich seh Luigi. Bam! Ja. Schön verspielt. Oh, zu früh, ey. Das ist doch ein Dreck. Das ist doch ein Dreck. Aber wir sind fast nervöser. Hä? Hätt's doch die Kurve noch abhalten können. Er hat sie noch gekriegt. Ich wollte sie mitnehmen sofort. Weil sonst, das ist doch gleich das Ziel. Also. Auf jeden Fall sagt sie, zieht er noch anders. Hier. Ich hab eben gar nicht auf jeden Fall. Entschüssig. Super mal gespielt. Habe klar. Nase. Nein. Nee um die Nase. Ja und? Ich kann mir nicht kratzen. Ja und? Ja. Wie willst du gegen mich kämpfen? Du hast keine Arme. Wer sagt das? Goldkraftteamer. Ja. Monwai. Ist das besser, wenn man sie fahren lässt oder plattmacht? Plattmachen. Ich glaube, dann sind sie danach sofort wieder groß. Ja, stimmt. Aber sie verlieren Plätze. Ja. Aber so ja auch wenn ich an denen vorbeikomme. Also Banane mitgenommen oder? Ja Banane und dann habe ich Turbo gemacht. Dass ich hier keinen Pilz mehr krieg. Pilz ist hier richtig gut ey. Kannst über die halbe Wahl fliegen hier. Ey wie krass ist das denn bitte? Yoshi kommt nach irgendwie 200 Meter oder so vor dem roten Pilz wegfahren. Da hatte ich ihn schon die ganze Zeit. Ja. Der übliche Ausrankingplatz. Ding, 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 ding. Und? Es hat gereicht glaube ich ne? Ich hatte ja 2-9. Ich war schon der Erste. Ja. Yeah. Aber unter 40 Punkte. Ja. Eigentlich schon schlecht ne? Mhm. Ja witzig. Jetzt hat man Mario Kopf. Weil das nämlich die Special Klasse ist. Ding, ding. Was war davor? Einfach ein normaler Pokal. Also der Pokal ist immer größer geworden. Und jetzt ist es Mario Kopf. Mhm. Hab ich gar nicht drauf geartet. Yeah. Ja sehr gut. Das war der Mushroom Cup. Ja und weiter geht's vielleicht mit dem Flower Cup. Vielleicht. Dann müssen wir ihn nochmal üben vorher. Ja. Alles klar. Bis später.